Stegi muss noch Uhren craften, der braucht das Gold. Chat, der hat euch angelogen. Der hat ja gar keine Uhren mehr. Der Scheiß fliegt gar nicht in die Luft. Schaut mal, hier ist nichts drinnen. Ah, Moment, da ist was drinnen. Als ob Stegi noch hier auf den Server geht und das macht. Nein, das ist einfach stuck hier. Er hat die Scheiße deaktiviert, Chat. Hier fliegt gar nichts in die Luft, der hat das deaktiviert. Das ist alles gelogen. Weil normalerweise müssten die ja hier unten reingehen, die Uhren, in den Dispenser. Oder? Und die sind jetzt hier drinnen. Ich glaube, es ist alles gelogen. Alles eine Lüge. Die Uhren werden direkt aus dem Werfer in die Lava geschossen. Ja eben, dann sollten die ja im Dispenser drinnen sein, die Uhren. Aber sind sie hier nicht. Die geht dann runter. Das heißt, ihr wisst mir jetzt sagen, wenn ich jetzt 20 Minuten hier warte, dann droppt das hier raus, oder was? Ja, aber das TNT ist nicht mal angeschlossen. Der verarscht euch trotzdem. Ha!